so das immer wieder zweite folge let's play fifa multiplayer spezial eigenen konsole so was wir gerade angesprochen haben sehen wir jetzt einfach mal wenn man sieht dass wir uns die nicht aussuchen sondern einfach alles zufällig passiert ja hier gibt es eine die sich du bist leider noch mal liegen doch nein ja doch stopp die hatte ich doch gerade schon also ja dann spüren wir den haag gegen eu was auch das schon mal wieder ist ich bin dafür nehme ich kann mich gar nicht entscheiden ich habe das aroma in mir in den basic fit das ist eduard dupland gegen marcus coco aber wenn du fitness gemacht was ist das denn was ist das denn du musst mir den ball abnehmen ich muss die münzen einsammeln ach stopp das machen wir aber nicht das ist ja langweilig wir werden ja sehen wie ich wieder verliere oder wie in der molken road spielen wir hallo den haag im gumminkamp wenn du nicht fitness machst mache ich das habe ich das aroma das schmutzige aroma oder wie ja wenn du im sport vertrieben hast ja das kommt hier habe ich gestern ach komm wir hoch ich habe einen muskelkater kein gelieb noch nein nein ach komm ich lasse jetzt mal wieder ein bisschen hallo das spiel vernünftig ein bisschen in den fahrt kommen oh der war nicht schlecht ja der war nicht schlecht ja ich habe schon ein bisschen anders geplant aber ich habe auch jedenfalls das video hast du auch nicht gesehen ne nein wo der torwart die rote karte gekriegt hat nein das habe ich auch nicht gesehen habe ich zum ersten mal bei fifa gesehen dass das funktioniert ich habe das nur auf dem thumbnail gesehen der torwart reingefrogen kam ja aber das war ich das erste mal dass ich das gesehen habe hallo faul nein der hat ja nur die hände hochgenommen weil er nichts gemacht hat ne so wie immer so wie man kennt es doch shit kanarienvogel geldgrün als werde ich dir aber durch den kampf liefern hier das ist ja das sieht ja nicht aus wie der boxer damals ich weiß ja immer wie dicke uge auge dann kenne ich den axel schulitz ach ich habe gerade an axel stein gedacht warum haben wir an axel stein gedacht ne das ist ein schauspieler ja das war ja oh mein bist du denn das wahnsinns der hätte aber auch reingehen können lecker fahren du brunas doch nicht richtig oder doch komm Leute nach vorne ne nach hinten den lecker da spitzen die ja mit dem ball ja aus dem rüsten zäh ach leck mich doch an leck mich doch am zimmerli ne am zimmerli ne am zimmerli ne am zimmerli NACH NICHT ISKLAR! Da hat die Scheiße wieder gespeichert, ich krieg die Pimpernel. Aber halt schön, dass der Schuss auch in Seiten rausgeht. Ich hab gedacht, da hinten steht das Tor. Und ich da nicht mal dran war. Ich hätte es ja verstehen können, dass du da hingeht, aber... Wie gesagt, da hat das Scheiße wieder gespeichert. Das hasse ich auch immer so. Ja, das ist halt... Das ist halt... Wäre eh abseits gewesen. Ja, gib mir doch nicht den nach vorne, gib mir den ganz hinten. Hatte eher Sinn. Bäcker. Wie kann hier ein... ...dunkelhäutiger Bäcker heißen? Oh, einer sagt... Oh... Pussy. Ja, der war gut. Der war gut. Der war noch besser. Der war scheiße. Ich fand den nur noch besser. Der war kacke. Jawohl! Der war richtig mies. Oh Gott, du warst vorgelegt. Und schießen können sie auch nicht. Oh, kein Foul. Fußkuppel, ey. Was stimmt denn nicht mit dir? Alter, Fußkuppel. Das war ein Foul, wisst ihr? Ach! Richtig weggeschlitzert er mich. Alter! Komm her, hier! Bops! Bops! Hallo! Jetzt macht's keinen Spaß mehr, jetzt bin ich da. Da mach ich auch nicht mit. Oh, jetzt! Da ist der U! Alter! Jetzt aber? Nee! Ernsthaft? Tollinientechnik, der war drin. Ich hab das Metall in mir. Na? Kannst du ihn auch Stangen-Uwe nennen. Stangen-Uwe? Und weiter geht's! Ich bin noch nicht so. Komm, ich spiele noch mal zurück. Hab dich ja kalt erwischt. Kalt erwischt! Wisch dich gleich ganz kalt. Ich hab dich ja kalt erwischt. Trink noch mal einen Schluck. Na ja, trink dir einen. Ist ja Ostern, da darfst du antreten. Oh, Eier. Dicke Eier, blaue Eier. Oh, scheiße! Falter! Hey, warum mal reingehen? Gut, ich bleib mal an der Linienstelle. Da würde ich doch die Tollinientechnik bevorzugen. Der war doch bestimmt drin. Nix war da drin. Ja, leck mich. Ja, genau. Ist natürlich eine tolle Trikotfarbe, ne? Wenn der Schiri auch gelb ist. Das passt. Abseits. Abseits. Lauf! Ach Gott, wo flankt der denn hin? Oh, der hätte aber gefährlich werden können. Verrückt pass. Ja, Leute. Verrückt pass. Alter. Uiuiui. Du musst doch wieder ein bisschen mehr FIFA spielen, ey. Ich merke das schon. Ach was. Ach Mann. Dann können wir BF Pro mal weitermachen. Und das fange ich mal mit an und höre dann mitten dann auf. Ja, ich auch. Wenn er gerade am besten ist. Näe, das nicht. Ich bin glaube ich noch in der 1.. äh in der 2. Liga mit Würzburg. Ja aber mit Würzburg angefangen. Aber hab ich nicht mehr weitergemacht. ich weiß gar nicht wo ich bin ich glaube ich bin ja irgendwo bei Chelsea glaube ich aber so wie du spielst wundert mich das hast du was gesagt hast du das ding gesehen guck mal der sehr geiles ding guck's dir nochmal an hier dann diese abwehrpfanne und dann habe ich nur rufe da tut er sich noch weg der Drecksack wo ist denn das immer was macht er der Torwart da die Nasen zählen oder warum ist er blockiert weil er sich da runter wie der wick auf der wippe ich lass dir wieder ein bisschen vorsprung macht halt mehr spaß und jetzt ein feilbezieher erzähl wir gleich ein feilbezieher wäre noch nie jemand wir sind immer sehr schwer bei dem spiel zumindest kein Tor dafür mache ich öfter mal mit der Hacke wenn es sein muss nein oh yeah oh yeah oh yeah komm schon nicht mit dem kopf mit dem fuß jawohl ja hab ich danke scheiße das klappt auch nie nein nicht mehr weil man es immer macht und immer weiß man es ich bin zu durchschaubar für dich das macht jeder das macht selbst der Computer immer enttäuschen abbremsen dann umdrehen und dann umdrehen und dann in die Flanke schlagen und dann hoffen dass er reingeht nur ich begraff das noch nicht bei mir kannst du das nicht immer machen bei mir klappt das noch nicht dass ich das eben hier umsetzen kann also dann rennt es aber so vorbei ja genau dann blockieren sie sich gegenseitig läuft bei denen ich warte noch das gleiche Elfmeter Chris ne ich hoffe nicht oh shit oh shit oh leck mich doch 44% meiner Päser kommen ein haha das war doch keine 3 Minuten oder? und dann wahrscheinlich seit Nachspielzeit ich weiß sie nicht ich hab da jetzt die Therapie hingeguckt man 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 ey das heißt gar nicht auf die Acht, dass ich doch schon Nachspielzeit war ja läuft guck mal ist ausgeglichen würde ich sagen aber bis jetzt äh unverdientes 1-0 ne ich würde sagen, dass er verdient nein unverdient natürlich seh ich jetzt? was denn? ja mein Torwart heißt Zwinkelz ach ja Tribul man kennt ihn ach guck mal ich hab einen privaten dabei ich hab noch einen Schacken komm Schacken ich wechsle dich ein vielleicht wegen deinem Malone Elkaki das dürfen sie über Mittelfeld ach ne Elkayati ich hab eine Kanon ich lass mal erstmal noch spielen ich bin mein Torwart am besten Zwinkelz Zwinkelz ist am besten Zwinkelz und Schacken wenn er Zwinkelz gut wäre hätte er eben sein das stimmt natürlich nicht Ruben Schacken er hätte einen rausgefischt wie so eine Katze Ruben Schacken man kann es nicht oft inrevel machen oh shit so ist meine Seite wieder ne denk dran 54. 56. 58. diesmal nicht mein Freund das musst du bei FIFA erstmal schaffen in der kurzen Zeit drei Tore zu machen das sieht gut aus Elkayati das war scheiße das gibt's doch nicht das war aber ein nices Tag jetzt schon wieder los dass hier aus meiner eigenen Hälfte rauskommt komm Ruben Schacken ja komm Ruben Schacken ey willst du immer irgendwas anderes probieren und dann klappt es trotzdem nicht Bats jetzt ab ich schmeiß mich da rein ja ich seh das schon da hab ich ja befault ich wusste mich ne 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 da musst du ja ne 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 danke ach fuck ey ich dachte der läuft mal ein bisschen weiter nach vorne aber bleib die auch wieder stehen komm Schacken scheiße zu spät komm Elkayati lauf 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 Mike Havana ja schönes Tor toll mit einer 55. geführt oh gotte Kamera hinterher ja das ist der Zwinkel jetzt aber der Zwinkel nicht immer haha dachte der hat die Ohrenflecke dazu schreckt was zack ach du scheiße shit hast doch gut gut dass du da nicht reingekommen bist ey ich hab so einen Nachteil weißt du doch nein nicht so einen Nachteil weil ich mit Steuerkreuz spiele in Holland würde man sagen du bist ja ein ganz besonderer Mensch haha das ist klar das ist der Zwinkel ja das ist der Zwinkel wie hast du denn den Ding gemacht ich weiß es nicht da hat Zwinkels wieder gezwinkert aber echt wuuu das ist die Fahne Briand die haben mich wieder reingestochen das war aber nicht schlecht nach meinem Top-Up-Druck dann war dann war dann war nicht schlecht das hat mir vorhin auch nicht gebracht ne 2-0 Flüte ne aber meine Phase ist jetzt durch du hast nichts mehr zu befürchten du hast nichts mehr zu befürchten fuck you ey gib mir den Fickball oh man ich kann mich halt nicht so schnell bewegen mit meinen Spielern das ist ja aber schön warum spielst du mit Steuerkreuz weil ich Steuerkreuzkind bin ich bin auch aus der Zeit ich hab mich kaputt getreten ah ja ich bin halt auch aus der Steuerkreuzphase da kann ich auch nichts für ich kann halt nicht mit den äh Dingern spielen Steuerkreuzphase so nennt man das also gut ich kann ja eben habe doch da ist einer ist egal die können alles spielen bei mir geht's dick und den wollte ich eben noch rausnehmen so jetzt jetzt geht's ab den Triebel hab ich vorhin eingewechselt ne jetzt hat er schon mehr gelb ja neustrechen weiter macht das gleiche rot jetzt will ich mir das vorne mal angucken und dann krieg ich den Ball wieder und das für eine Sauerei wow vor allem hat der Konkurot kaputt getreten das war ja oh 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 das war leer jetzt war der Spieler Ikoko Ikoko war schneller als ich was Ikoko Ikoko ist klar komm mal rein rein uiuiui riech doch einfach mal rein da soll das zwar gar nicht hingehen aber naja das ist das steuerkreuzproblem das muss immer wieder ansprechen und läuft mehr nie oh je, da bist du hacken da bist du gekluckt nackespitze 154 1 2 3 ist alles WAS oiuiui uiui uiuiuiui wieder so ein abwurf, willst du mich verarschen ich probier es noch mal unaback das gibts aber gar nicht er hat mich genannt, ich dachte er kommt da her dann wäre ich doch nicht vorher hingelaufen mich hat er auch genannt, ich hab auch gedacht du machst ihn doch rein Ja, ich glaub das Spiel ist durch, dann hab ich verloren. Ey, faul hier! Zeitspiel! Ich hätte lieber mit Ajax gespielt. Ist ja kein Wunschkurs, der hat hier bei uns. Ne, leider nicht. Wo jetzt? Wo jetzt? Ne, meiner ist schneller. Ja, ist er auch. Ne, ich saß lieber nicht. Falsch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein! Ist jetzt Tom! Schreck doch die Ziegel, ey! Ich hab's schon kommen gesehen. Ich auch. Shit! Jetzt, 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 jetzt! Nein! Was machst du hier? Du sollst Fifa spielen! Ja, ich krieg gleich jetzt was anderes hier. Alter! Ich krieg Vergasmus! Ich hab's jetzt nicht gesagt, oder? Nee! Ich hab's schon! Danke! Macht ihr da! Danke! Luft, Freunde, Luft, 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 Luft! Das gibt's doch nicht! Hast du ja gesehen, wie cool ich den geholt hab! Man pfeift euch nicht ab, ey! Wir sind noch drei Minuten! Ich weiß! Also trotzdem abpfeifen! Ach, das wär... Schiette bitte, Pikabu! Komm, jetzt machen wir hier totaler Angriff! Alles oder nichts! Kopf zur Eckfahne! Zeit spielen! Hallo! Foul! Was? Ich war's! Ich war's noch! Ich bin noch an der... Erst um Bälle! Hast du doch nicht Schwertrappe treten! Doch, pass auf! Doch, pass auf! Und? Nee! Die ist eh... Wofür denn auch? Mach Fitness! Wilfried Karnon! Ich hab den Ball gelacht! Und... Sieht man nicht mal das schöne Foul? Ich nur, wenn man im Gerät spielt! Lass er hin! Oh shit! Der war gut! Miros, glaub ich, R3 gedrückt! Ja, hab ich! Entschuldigung! Mensch, Mensch, Mensch! Ich hab schon gefunden, warum da eben Heber stand! Ja, damit du mal weißt, was du machst! Hörra! Alter, lass mich doch da durch! Blockiert er mich! Jawohl! Da ist er! Der Sieg! Da ist er! Der Sieg! Da krieg ich jetzt mal einen drauf! Urgh! Kaltes, klares Wasser! Kaltes, klares! Ja! Das war doch super! Das war ein schönes Spiel! Ich würd doch... Ach nee! Vielstus wollte ich nicht gucken! Ich wollte eigentlich hier gucken! Wie sieht's denn hier aus, überhaupt? Joach! War doch auch sehr ausgeglichen eigentlich! Du hast zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber... Ja, aber Ballbesitz ist ja egal, ne? Ganzer 100% Ballbesitz! Das ist, äh... Wahrlich halt, das ist ganz top! Ja, ne? Ja, dann würd ich sagen... Mir tut der Daumen weh! Ah, der Pussy, ne? Bis zur nächsten Folge! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020